Heute bei der weißen Toma-Castuell der Stichlose-Ligenden Jens Weißloh im Team mit Dörner-Hohenker. Sie spielen gegen Dieter Toma und Elton und jetzt geht's los. Guten Abend. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Die Zeit rennt. Es sind nur noch knapp zwei Wochen bis Weihnachten und da ist es doch schön, wenn man so am Tag eine Stunde hat, wo man mal ein bisschen entspannen kann. Und das können Sie jetzt gut mit uns. Ja, also freuen Sie sich auf die Sendung mit Jens Weißloh und Dieter Toma. Die beiden werden heute noch mal zu Höhenflügen einsetzen. Sie werden noch mal alles aus sich rausholen. Und ich hab grad was Spannendes für euch. Vielleicht wisst ihr das, ihr seid ja 94 beide gemeinsam in Lillehammer Olympiasieger geworden. Und dazu passt auch diese spannende Information gleich zum Anfang. Wussten Sie eigentlich, dass der Whirlpool im norwegischen Bobblebad heißt? Bobble. Das wusstet ihr sicher, oder? Ihr wart so oft in Norwegen, oder? So, dann schauen wir doch mal auf die Zuschauerverteilung. Hinter Bernhard und Jens Weißloh sitzen 68 Zuschauer. Hinter Elton und Dieter Toma 61. Damit ist angerichtet. Dann werfen wir doch einen Blick auf unsere heutigen zwölf Kategorien. Hier ist die Wand. Die zwölf Kategorien heute sind andere Länder, andere sind. Trick 17. Schönheit im Grünen, damals im Stadion. Wie ticken wir? Ferien, Eidgenossen, Technik, total genial. Und das Fragezeichen. So, auch heute jede richtige Antwort 500 Euro, ein Kuppelpunkt-Schocker für jedes Team. Ihr dürft loslegen. Achso, wie ticken wir? Okay, wie ticken wir? Ja, das... Frage ich mich bei Skispringern oft, wie ticken die. So, Frage dazu. Damit Schokolade süßer wirkt, sollte sie A. Im Regen gegessen werden, B. In runder Form präsentiert werden oder C. Morgens kurz nach dem Aufstehen verzehrt werden. Also, es geht darum, dass sie exakt gleiche Schokolade süßer wirkt, also schmeckt, als sie in Wirklichkeit... Also, wenn ich sie im Regen esse, ist sie süßer als in der Sonne. Ich hätte ungewöhnlich gedacht. Ja, hätte ich auch gedacht, in der Sonne, weil dann hat man Sommersonne, Sonnenschein schmilzt. Ich glaube, wenn man Schokolade im Regen isst, ist sie fester als in der Sonne. So, wie weit ist sie nasser als in der Sonne? In runder Form präsentiert werden, das ist natürlich... Aber morgens nach dem Aufstehen, wenn die Enzyme vielleicht, wenn man so noch vielleicht leicht schläfrig ist, empfindet man das vielleicht so halbschläfrig noch viel intensiver. Bei runder Form würde ich ausschließen. Nee, würde ich auch. Dann wäre Schokolade häufiger rund verkauft. Also, ich finde, morgens nach dem Aufstehen, kann ich mir vorstellen, dass das morgens, der Körper hat lange gefastet, er schmeckt intensiver, weil er länger auf Entzug war. Ich würde dafür plädieren. C morgens. Wer hätte auch C genommen? Oh, guck mal hier, das findet große Zustimmung. Wer hätte denn A genommen? Ja, weil ich habe es erforscht. Ich hätte B genommen. Ich hätte C genommen auch. Warum? Ich finde, rund ist eine schöne Form, suggeriert wohl... Wohl schön. Aber dann können wir ja eins festhalten, Eltern. Wenn B stimmt, dann wissen wir auch, warum die Leute dich alle so süß finden. Bei einem großen Schokoladenhersteller beschwerten sich vor einigen Jahren Kunden, denen die Schokolade plötzlich zu süß geworden war. Der Hersteller beteuerte, die gleiche Rezeptur zu benutzen, nur die Form sei geändert worden. Die rechteckigen Tafeln hatten nun runde Ecken. Das aber kann durchaus den Geschmack beeinflussen, wie Psychologen bestätigen. Bitterstoffe werden häufig mit kantigen Formen assoziiert. Süße hingegen ist rund. Wer also ein möglichst süßes Dessert genießen will, sollte es kreisförmig anrichten. Es bleibt erstmal bei null Euro. Irgendwie ist die Null ja auch ganz süß, die ist ja auch rund. Ferien. Entschuldigung, Entschuldigung. Etwa zwei Drittel der deutschen Urlauber. A. Buchen einen All-Inclusive-Urlaub. B. Fahren mit dem Auto in den Sommerurlaub. Oder C. Reisen jährlich in dasselbe Hotel im selben Ort. Zwei Drittel? Zwei Drittel ist aber viel, was? Ja, das ist viel. Also meine Eltern fahren seit 30 Jahren immer in den selben Ort. Und was man kennt, da fühlt man sich ab dem ersten Tag natürlich wohl. All-Inclusive. Das kann ich mir nicht vorstellen. A. Glaube ich nicht. Das ist das... Nein. Aber Auto ist auch sehr beliebt. Italien, jetzt wo man nicht mehr so viel fliegen möchte, fährt man gerne nach Italien. Ja, wobei ich finde C, das wäre richtig, richtig mies für die Touristikbranche, wenn wirklich zwei Drittel jährlich, also wirklich jedes Jahr in dasselbe Hotel im selben Ort. Und ich kann mir vielleicht alle zwei oder alle drei Jahre vorstellen, wir fahren da mal wieder hin, weil es damals da so schön war. Deine erste Intuition war B, ne? Ja, B oder C? Nee, C, also jedes Jahr in dasselbe Hotel. Komm, dann lass uns B nehmen. Ja, deutsche Auto. Ach komm, wir nehmen B. Ja. Das sind ja die Autofahrer. Das sind genauso wie ich. Ich bin gespannt. Im April und Mai 2018 wurde eine repräsentative Umfrage zum Thema Urlaub unter Bundesbürgern ab 18 Jahren durchgeführt. Die Ergebnisse? Am drittliebsten verreisen die Deutschen mit der Bahn, während das Flugzeug auf Platz zwei der beliebtesten Reisetransportmittel steht. Die Mehrheit der deutschen Reisenden, sprich zwei Drittel, verreisen mit dem Auto in den Sommerurlaub. Gut, die Hälfte dieser Urlaube entscheidet sich dabei für Urlaubsziele in Deutschland. Richtig, danke. Die ersten 500 Euro, sehr gut. So, wir... Könnt die Scharte jetzt gleich wieder auswetzen. Ja, ja, das ist alles... Trick 17? Trick 17. Trick 17. Das ist so ein bisschen was Handwerkliches vielleicht. So ein Alltagstipp. Ja, oder ein Haushaltstipp, da kommt man drauf. Wobei ist ein ausgedienter Autoreifen hilfreich? A. Vertikutieren eines Rasens, B. Spalten von Holzscheiten oder C. Schneiden einer Hecke. Wett? Das ist ja lustig. Wobei ist ein ausgedienter Autoreifen hilfreich? Vertikutieren, Rasen aufreisen. Das heißt, da muss man klappen, das sind so Hakenteile. Ja, das kann ich mir mit einem alten Gummireifen schwer vorstellen. Doch, wenn das Gewebe rausschaut vielleicht. Spalten von Holzscheinen, musst du mit einem Gummireifen lange drauf rumkloppen. Beim Schneiden einer Hecke, was wäre denn das dann? Man legt den dann hin und dann kannst du natürlich, du legst den drauf und dann hast du oben so ein... Aber da kannst du einfach so gehen, du kannst auch drum rumschneiden. Was gibt es denn für ein Messer? Nimmst du so ein Messer und dann immer... Wenn man einen Rundschnitt macht. Aber wie will man denn mit einem... Was gibt es denn bei einer... Ich hole schon mal das Publikumshilfsmittel hier, das Mikrofon. Sagen wir das Publikum, Frank, ich glaube, ihr steht beide gerade ganz schön auf dem Schlauch. Wir nehmen das Publikum. Spalten von Holzscheiten, wie soll das denn gehen? Wir fragen das Publikum, wer hat eine Idee? So. Also ihr müsst euch entscheiden. Ja? Kommt zu dir. Die Entscheidung ist gefallen. So, andächtige Ruhe, grüß dich. Wie heißt du? Ich bin Henry. Du kommst woher, Henry? Aus Kiel. Was machst du beruflich? Ich bin Barkeeper und studiere noch soziale Arbeit. Okay. Was ist der Hauptberuf? Was machst du öfter? Mehr studieren oder? Im Moment mehr Bar geben. Okay. Also so ein bisschen Job zum Geld verdienen. Genau. Alles klar. Was wird man mal, wenn man soziale Arbeit studiert? Sozialpädagoge, Sozialarbeiter in unterschiedlichen Bereichen, wo Menschen diskriminiert werden. Wichtige Aufgabe. Ja. Sehr gut. Henry. Du hast, glaube ich, eine Idee, sonst wärst du nicht aufgestanden. Ja, ich wär tatsächlich auch für C, für das Schneiden einer Hecke, dass man den Reifen da irgendwie benutzen kann, um die Hecke besser zusammenzuhalten und dann leichter mit dem Schneidwerkzeug umgehen kann. Also du denkst so an drüberstülpen oder so? Ja, ich dachte auch an drüberstülpen tatsächlich und dass es die Hecke dann irgendwie zusammenhält und man dann leichter schneiden kann als vorher. Alles klar. Klingt nach einer guten Idee. Okay, dann schauen wir doch mal, was kann man mit einem ausgedienten Autoreifen so anstellen. Wer mit Holz heizt, weiß, wie mühselig es sein kann, es selbst zu hacken. Denn immer wenn das Holzstück gespalten wird, fallen die beiden Scheite vom Hackklotz, sodass man sich bücken muss, um sie wieder aufzustellen oder wegzutragen. Abhilfe schafft ein ausrangierter Autoreifen, der oben an den Hackklotz genagelt wird. Das gespaltene Holz fällt nun nicht mehr herunter und kann direkt mehrmals bis zur gewünschten Größe zerteilt werden. Eine zeitsparende Angelegenheit und der Rücken wird auch geschont. Henry, na, du kannst ja nichts dafür, hat ja sonst auch du ja, was hättest du gesagt? Ah, siehste, also guck mal auch noch ehrlich dazu, super, klasse. Henry, weiter Daumen drücken. Ja, danke trotzdem, viel Erfolg fürs Studium. Grüße nach dir. Es bleibt. Es hilft ja nicht beim Spalten, aber egal, er ist richtig, ja, Pechler. Ich finde es hilft nicht beim Spalten, aber ist egal, ich habe es einfach falsch gedacht. Es bleibt erstmal bei 0 Euro. Wir sollten jetzt total genial nehmen. Ja, ich würde total genial nehmen. Total genial? Mit welchem Hilfsmittel trocknen feuchte Handschuhe auf der Heizung schneller? Autoreifen. A, Nudelsieb, B, Zitronenpresse aus Kunststoff oder C, leere Marmeladengläser? Herr Dieter, feuchte Handschuhe. Wie oft in deinem Leben bist du mit feuchten Handschuhen heimgekommen? Ja, sehr, sehr oft. Ja. Aber ich habe weder ein Nudelsieb noch eine Zitronenpresse oder ein Marmeladenglas genommen. Sondern, hast du ja einfach... Heizung halt, ne? Was ist, also ein Nudelsieb hat ein Löcher, ne? Es kann halt sein, dass es einfach... Ja, aber... Ich habe gedacht, aber schlecht ist das, was ganz ganz so... Nudelsieb hat so, ist so auf die verschiedenen Größen. So Zitronenpresse aus Kunststoff. Ist ja erstmal schon die Frage, Kunststoff auf Heizung, äh, Marmeladenglas? Kannst du den Handschuh drauf machen, ein bisschen drehen, ne? Ausfragen! Dann kommt schon mal das Grobe raus. Und dann wird er natürlich schneller trocken, könnte man sich denken. Aber leere Marmeladengläser, das wird interessant. Ja, aber genau das, was du ein... Du stellst das leere Marmeladenglas auf die Heizung, stürbst da den Handschuh drüber. Aha! Da gibt es mehr Wärme. Oder hält sich länger. Erstmal hast du schon mal... Ist innen... Hast du schon mal den Hohlraum, das heißt, die Handschuhe liegen nicht flach übereinander? Das ist sehr gut. Und ich weiß nicht, wie das funktioniert, ob das auch noch eine Hilfe ist, wenn dann tatsächlich, mal angenommen, das trocknet und es fällt Wasser in das Marmeladenglas rein, durch die Hitze steigt das Wasser wieder auf, ist ja aber warm, also kondensiert das Wasser, ist ja aber auch warm und dadurch ist es noch intensiver. Ja, aber das ist ja wieder feucht. Nein, aber das ist ja trockene Hitze dann. Ah! Also wenn Wasser... Es ist ja nicht kalt, was da aufsteigt. Es ist ja warm. Ja, aber ich finde es gar nicht so dumm. Also wollen wir riskieren ohne Publikum? Wir nehmen C. Ja, wir nehmen C. Nachdem, was du so erklärt hast, diesen Handschuh auf das Marmeladenglas stimmen, das ist so ein bisschen wie Brathähnchen mit der Bierdose. Genau. Daher kam ja die Idee. Ah, ich wusste es doch irgendwie. Sind Handschuhe einmal nass geworden, trocknen sie nur sehr langsam. Abhilfe schaffen zwei Marmeladengläser. Deckel abschrauben, die feuchten Handschuhe über die Bodenseite eines Glases stülpen und mit der Öffnung nach unten auf den Heizkörper stellen. Dadurch, dass die Handschuhe auf dem Glas gespreizt werden, wird die Oberfläche für die Heizungsluft vergrößert. Gleichzeitig wird die Dicke des zu trocknenden Gewebes verkleinert. Das Wasser verdunstet schneller. Außerdem unterstützt die gute Wärmeleitfähigkeit des Glases die Trocknung, indem sie die durch die Verdunstung bedingte Abkühlung immer wieder zurücknimmt. Alles richtig. Zweite richtige Antwort. 1000 Euro auf eurem Konto. Das Wort würde übers Grüne ins Stadion gehen. Warte, die Finalfrage an. Übers Grüne ins Stadion. Dann fang an mit im Grün. Wann ist beim Pflanzenanbau von Herzlosigkeit die Rede? A. Wenn sich am Spross des Brokkoli keine neuen Blätter bilden. B. Wenn eine Artischocke nur die äußeren Blätter hat. C. Wenn Kohlrabi sich nicht selber fortpflanzen können. Da bin ich relativ schnell weiter. Ich bin auch sofort bei der Artischocke, weil die hat ein Herz. Rösschen und Herz liegt ja oft nah beieinander. Am Spross einer Pflanze liegen sogenannte Vegetationspunkte, die für ihr Wachstum sorgen. Durch die ständige Teilung des Vegetationspunktes entwickelt sich neues Gewebe. Wenn sich bei Brokkoli aber keine neuen Blätter an diesen Punkten bilden, spricht man von Herzlosigkeit. Auch Kohlrabi und Blumenkohl sind manchmal herzlos. Das kann durch Parasiten oder Düngung ausgelöst werden, aber auch genetisch bedingt sein und vorkommen, wenn die Anzucht bei zu niedrigen Temperaturen erfolgt. Wer hat denn hier geklatscht gerade? Das war diese eine Frau, die vier Leute da drüben sitzen hat. Ihre ganze Familie sitzen hat. Ah, ihr seid auch ein bisschen herzlos. Es bleibt bei null Euro. Wir haben jetzt nicht mehr Kunde. Ja, das war schon der Kunde. Das kann schwierig sein, aber die Linden im Stadion. Um Fußballspiele sicherer zu machen, testen mehrere europäische Vereine den Einsatz von A Gruppenkörperscannern, B Kuscheltieren in Fanblöcken oder C kalter Pyrotechnik. Was? Ja, das kann ja alles helfen. Was ist denn kalte Pyrotechnik? Ist nicht warm. Ja, aber wie soll das, also Büro ist ja eigentlich immer heiß, oder nicht? Pyrotechnik ist also, hat immer irgendwas mit Feuerwerk, Feuer zu tun. Aber Gruppenkörperscanner, also bitte. Ja, das ist mir auch zu einfach, Gruppenkörperscanner gehen die da durch. Also hier die nächste Gruppe. Kalter Pyrotechnik. Ich überlege mal, 67.000 Menschen gehen in München durch den Gruppenkörperscanner. Wie lange das dauert, bis die da mal drin sind. Aber kalte Pyrotechnik finde ich cool. Aber was ist denn kalte, was soll kalte Pyrotechnik? Was soll das? Ich habe das aber auch noch nie gehört. Also selbst so ein Tischfeuerwerk, da brauchst du doch Feuer, geht's ins Auge. Ich bin, ich finde das mit den Kuscheltieren total süß. Die stehen da und auch, wie süß. Und der Sponsor hat auch was davon, wenn er irgendwas drauf schreibt. Weil Gruppenkörperscanner, das kostet wieder unfassbar viel Kohle. Also A würde ich ausschließen, auf jeden Fall. Komm, dann lass uns B nehmen, oder? Publikumsjogger habt ihr auch noch, ne? Kalte Pyrotechnik. Nein. Nee, oder? Bin im B. Raunendem Publikum. Ich glaube, kalte Pyrotechnik ist, wenn man so einen Flutschfinger anzündet. Immer wieder werden Fußballspiele durch das Verhalten der Fans zu einem gefährlichen Vergnügen. Feuerwerker in Dänemark haben daher gemeinsam mit Fans des Kopenhagener Clubs Bröndby IF sogenannte kalte Pyrotechnik für den Stadioneinsatz entwickelt. Im Gegensatz zu klassischen Bengalos, die bis zu 2500 Grad Celsius erreichen, verbrennt kalte Pyrotechnik bei so geringen Temperaturen, dass Verletzungen selbst bei Hautkontakt ausgeschlossen sind. Mal lernen nie aus, ne? Das ist, ja. Haben wir wieder was dazugelernt. Ja. Kalte Pyrotechnik. Es bleibt bei 1000 Euro bei euch. Ja, nie genug. So, und jetzt, meine Herren. So, jetzt aber. Ich nehme die 500 Euro. Du nimmst die 500 Euro. Moment. Jetzt komm, soll man in die Schweiz fahren? Eidgenossen. Ich glaube, da war der jetzt auch das ein oder andere Mal. In der Schweiz. A. Darf Ingwer nicht zum Sushi serviert werden? B. Darf kein deutsches Bier mit der Aufschrift Pilz verkauft werden? Oder C. Dürfen Joghurtproduzenten ihre Produkte nicht links herum rühren? Die haben aber auch Glück heute, oder? Die haben echt Glück. Wir haben einfach die interessanten Fragen bekommen. So. Darf Ingwer nicht zum Sushi serviert werden? Warum sollte man Ingwer nicht zum Sushi servieren? Gibt es da irgendeine Regel, dass Ingwer und Sushi zu zwei Lebensmittelgruppen gehören, die man nicht kombinieren darf? Kann ich mir nicht vorstellen, oder? G. Darf kein deutsches Bier mit der Aufschrift Pilz verkauft werden? Das wäre natürlich. Aber ein tschechisches Bier mit der Aufschrift Pilz dürfte dann verkauft werden. Er ist da vielleicht generell kein Pilz verkauft werden. Und dann ist natürlich auch deutsches Bier dabei. Nach Pilsener Brauart. Könnte man sagen. Sagt man ja, ne? Nach Pilsener Brauart. Heißt, es muss aus Pilsen sein. Ja. Aber vielleicht. Das kann natürlich sein. Das deutsches Bier, wenn da drauf steht, Pilz, denkt man, es kommt aus Pilsen. Und das darf man natürlich nicht. Guter Gedanke. Dürfen Joghurtproduzenten ihre Produkte nicht links herumrühren? Das sind diese links und rechts gerührten Joghurtkulturen. Das sind die Lacto-Dingsbums. Also C ist ja eh total. Ich finde das für totalen Unsinn, ob die links oder rechts herumgerührt sind. Das ist total wurscht. Also B ist das, was wir uns immer noch am besten erklären können. Wir würden einfach in voller Überzeugung B nehmen. Ja, warum sollen wir das andere nehmen? Das wäre viel zu unlogisch. Genau. Also, Grüße in die Schweiz. Hier kommt die Lösung. Was in Deutschland selbstverständlich auf der Getränkekarte steht, kommt in der Schweiz nicht in Frage. Dort dürfen keine Biere verkauft werden, die mit Pilz oder Pilzner gezeichnet sind. Außer sie stammen aus Tschechien. Stattdessen werden sie unter dem Namen Hopfenperle verkauft. Die Besonderheit geht auf einen Staatsvertrag von 1973 zurück, den die Schweiz mit dem osteuropäischen Staat unterschrieben hat. Dieser schützt alle tschechischen Erzeugnisse und Waren in der Schweiz gegen unlauteren Wettbewerb aus dem In- und Ausland. So, damit die ersten 500 Euro. So, jetzt beginnt die Aufholjagd. Ich glaube, es ist noch lange nicht zu Ende. Das machen wir. Das machen wir. Schönheit. Schönheit. Ja, da bin ich der Vorreiter. Also ich habe ganz, ganz viele Sommersprossen. In meiner Kindheit wurde ich immer tätowiert. Ach, ich dachte Freckle genannt. Ja, aber der Schreiber mit A, ne? Hä? Freckle. Nein, das ist C. Meinst du? Ja. Meinst du es ehrlich? Das ist so eine Mode, das ist im Moment so ein Modeding. Und Sommersprossen kommen bei manchen vielen an und da lassen sich welche Sommersprossen tätowieren. Da bin ich fast schon mehr als ich erwarte. Werden die Haare, wird durcheinander toupiert. Das ist denn, also das heißt doch nicht Freckling. Ich habe keine Ahnung. Ernährt man sich nur von Karotten, um möglichst braun zu werden. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Ich habe es auch probiert, bin nicht braun, sondern rot geworden. Wegen Beta-Carotin oder was? Da trinke ich ganz viel von dieser Orangenlimonade. Da ist auch Beta-Carotin-Drille. Bin ich braun? Nee. Das ist total Schönheit. Ehrlich? Da bin ich mir echt sehr, sehr sicher. Ich glaube, die gehen auch wieder weg. Das ist nicht wirklich ein Leben lang. Komm, wenn du es nehmen willst, dann nimm es halt. Ich nehm C. Ja. Siehst du? Ich nehm C. Ja. Und vielleicht kriegst du jetzt einen Freckling-Gutschein zu Weihnachten geschenkt mit deiner Familie. Ich würde mich freuen. In Kanada kam 2017 der Trend des Frecklings auf. Dabei werden sogenannte Freckles, Englisch für Sommersprossen, ins Gesicht tätowiert. Bei den Fake-Sommersprossen handelt es sich ähnlich wie bei titulierten Augenbrauen um semi-permanente Tattoos, die bis zu drei Jahre lang halten. Da Sommersprossen durch Sonneneinstrahlung entstehen, sollen die kleinen Pünktchen ein erholtes und frisches Aussehen kreieren. Sommersprossen sind so wunderschön. Ich kann Frauen nicht verstehen, die sagen, ich hab so viel Sommersprossen, ich lass mir die wegmachen. Sommersprossen sind einfach wunderschön. Ich hoffe, deine Frau hat es noch mal schon. Ja, leider nein. Aber ich kriege ja jetzt einen Freckling-Gutschein. Ach, mach du so. Alles klar, steht bei 1500 Euro. Ich sag ja, was man hier so alles erfährt in dieser Sendung. Technik, 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 Technik. Warum entsteht in der Umgebung von Müllverbrennungsanlagen häufig keine Geruchsentwicklung? A, das direkte Umfeld der Anlagen wird mit Infrarotlicht bestrahlt. B, organische Neutralisat, Neutralisat, nein. Neutralisatoren. Das ist zumindest so, wie man die Buchstabenreihenfolge aussprechen würde. B, organische Neutralisatoren werden in der Umgebung platziert. Oder C, ein künstlich erzeugter Unterdruck lässt den Geruch nicht austreten. Das kann nur C sein. Alles andere macht doch keinen Sinn. Aber im gesamten Umfeld. Ja, also der ganze Müll wird ja in so ein... Also, ich war mal in der Müllverbrennungsanlage in Bonn. Da wird der gesamte Müll in einen riesigen Raum geschüttet. Und dann wieder rausgeholt und verbrannt. Und mit Unterdruck kann man solche... Also, es wird ein leichter Unterdruck und dann geht die Luft von außen rein, aber nicht von innen raus. Wie man das bei allen möglichen Sachen macht, auch wenn man mit Bio-Sachen hantiert. Also, das finde ich am sinnvollsten. Organische Neutralisatoren, was soll er denn sein? Stellen die da überall so Buchsbäume hin? Oder so herzloses Brokkoli? Kannst du dir was anderes vorstellen? Alles andere wäre lustig. Ja, aber das ist hier nicht lustig. Schau dir mal diesen Punkt an, was wir haben. Und schau mal, was dir... Das ist hier nicht... Das ist weg. Nicht mehr. Nicht mehr. Das ist bitterer Ernst. Dann zieh. 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 Da hinten schon wieder... Ja, ich spüre einen gewissen Unterdruck hier bei Team Bernhard. Wenn da jetzt Infrarot... Der angelieferte Müll wird im sogenannten Bunker geleistet. Bevor es in die Verbrennung geht. Damit die starken Gerüche nicht nach außen dringen, wird die Luft abgeleitet. Dies geschieht durch große Ventilatoren, die durch Rotation einen Unterdruck erzeugen. Die angesaugte Luft gelangt in die Verbrennungsöfen und facht durch den enthaltenen Sauerstoff das Feuer an. Die Abluft des Verbrennungsvorgangs wird dann aufwendig gefiltert und nach draußen geleitet. Richtige Antwort. 1.000 Euro bei euch. So, sie bleiben euch zumindest... Sie bleiben euch auf den Fersen, also ihr müsst... Ja, 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 ja. Ja, dann Fragezeichen. Fragezeichen. Was? Daher hinkt und oberständig ist, dass sie vorausläuft. Und endständig ist genau richtig, die Atomuhr. Und Bratwürste... Ja, Bratwürste hab ich noch nie gehört. Was kann denn das? Das müsstest du ja eher wissen, also... Nein, Scherz. Ne, 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 ist ja auch okay. Ich find Fischmäuler ja noch okay, weil entweder haben die einen Untertiefervorbau, entweder haben die einen Ohrkücher-Haar, oder einen ganz normalen Fischmund. So kann ich mir das bei Fischmäuler vorstellen. Also B glaube ich nicht, aber A und C. Uhrwerk, Bratwurst, Oberständig... Ich mein, das ist natürlich die geilste Antwort, ne? Aber was soll das sein? Oberständig, endständig, unterständig. Wir haben noch Publikums-Jogger, ne? Ja. Vielleicht haben wir hier ein Bratwurst-Grund. Weil ich würde... Ich mein, das ist eine sehr spezifisch, aber vielleicht hat das irgendeiner schon mal gehört. Und so viele Fragen haben wir nicht mehr. Also ich würde Uhrwerke wegen Langweiligkeit... Also kann sein, aber ich würde es wegen Langweiligkeit einfach ausschließen. Okay. Fischmäuler hätte ich eine halbwegs gute Erklärung, aber mich lachen diese Bratwürste, natürlich an. Aber wir fragen das Publikum. Wir fragen das Publikum. Wir fragen das Publikum. Na? Hätte das irgendjemand mal gesehen? Ist ein Uhrwerker, ein Griller oder ein... Ah! Oh! Kameran und Nackt. Achso. Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Er ist schnell aufgestanden. Also ich würde den links nehmen. Ja. Ja? Okay, dann komme ich zu dir. Grüß dich. Kai, moin. Wer ist uns? Thomas aus Kiel. Okay. Ah, kennt ihr euch? Nee. Nee, Zufall. Ja. Okay, aber ihr seid nicht mit dem Bus oder so aus Kiel-Leute gekommen und so. Mit wem bist du hier, Thomas? Mit meiner Freundin. Aha. Okay. Die Mama, sitzt die auch da? Nein, hier. Ah, die sitzt hier. Also. Ah, verstehe. Alles klar. So, beruflich irgendwas mit Uhren, Bratwürsten. Nee, aber ich angel und ich ziehe. Siehste? Aha. Ja. Ja, wenn das jetzt auch noch richtig liegen. So wünsche ich mir das, ne? Das war anständig, Thomas. Ja, das war's. Alles klar. Oberständig, endständig und unterständig sind die Einteilungskriterien bei Fischmäulern. Ein oberständiges Maul ist bei an der Wasseroberfläche fressenden Fischarten zu finden. Der Unterkiefer ist dabei länger als der Oberkiefer. Fische mit unterständigem Maul hingegen suchen ihre Nahrung vorwiegend am Gewässergrund. Der Oberkiefer ragt dabei über den Unterkiefer. Endständige Fischmäuler, bei denen beide Kiefer gleich lang sind, sind typisch für Raubfischer. Thomas, grüße das Spiel. Auch in diesem Falle Daumen drücken. Und es kommen 500 Euro dazu. Ihr steht bei 2000. Sehr gut. Schade, aber ihr könnt doch mal wählen. Andere Länder, andere Sitten oder damals? Du möchtest andere Länder? Beide. Wir nehmen andere Länder, andere Sitten. Wer in Singapur nicht regelmäßig seine Wohnung kontrolliert, dem droht A, eine Strafe von der Mückenpolizei, B, der Entzug der Spülmaschinen-Lizenz oder C, ein Blockieren des Internetzugangs am Wochenende? Toll, toll. Also, es ist auf jeden Fall extrem feucht. Und vielleicht muss man seine Wohnung regelmäßig kontrollieren und zwar nach Mücken. Das ist die, damit die auf diese Art und Weise die Anzahl der Mücken verhindert. Also da dürfen keine stehenden Gewässer sein und sowas. In den Wohnungen? In den Wohnungen und auf den Balkonen zum Beispiel. Ach so. Das gehört ja alles dazu. Also es ist halt einfach ein sehr feuchtes, warmes Klima da. Also ich spüre, dass ich die Lizenz schon komisch finde, ist mir nicht ganz klar, was man da kontrolliert. So, ein Blockieren des Internetzugangs am Wochenende. Das heißt, ich muss mein Internet kontrollieren und wenn ich das nicht mache, kann etwas passieren, was dazu führt, dass am Wochenende das Internet blockiert ist. Ich kann mir nur A vorstellen. Oder hast du für eine andere? Nein, 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 kein, kein, keine. Keine logische Erklärung. Sollen wir dann A nehmen? Ja. A wie erfolgreich? Ja, total. Wir nehmen A wie erfolgreich. Es hat offensichtlich mehrere Gäste aus Singapur. Es haben schon welche für C geklatscht. In Singapur herrscht das ganze Jahr über tropisches Klima. Moskitos haben hier daher immer Brutsaison. Da sie gefährliche Krankheiten wie Malaria oder Dengelfieber übertragen, wird die Stadt regelmäßig in Wolken von Pestiziden gehüllt. Eine weitere Maßnahme ist eine Art Mückenpolizei. Offizielle Inspektoren kontrollieren private Wohnungen auf Risikofaktoren wie Wasser in offenen Behältern. Wenn sie Mückenlarven finden, verteilen sie Strafzettel. Das Bußgeld beträgt umgerechnet etwa 125 Euro. In diesem Fall hat er kein Bußgeld verhängt, sondern ein Bonus ausgezahlt. 1500 sind es jetzt. So, eine Frage haben wir noch aus der Kategorie damals. Ihr könnt noch auf 2500 erhöhen. Könnte euch ein gewisses ruhiges Gefühl fürs Finale mitgeben. Was gilt als historischer Vorläufer der modernen Achterbahn? A. Hölzerne Eisbahnen für Schlitten in Russland. B. Rasante Flussflussfahrten in Frankreich. Oder C. Erste Zahnradbahn in den Alpen? Theoretisch würde ich natürlich zuerst sagen C. Ja. Weil das ist der Klassiker. Achterbahn werden hochgezogen von der Zahnradbahn. Und dann haben die sich bestimmt gefragt, lass die mal wieder runterfahren. Aber vielleicht wollen wir uns mit C dann auch in die Irre führen. Von wegen, ja, haha, das ist ja Zahnrad. Aber damit fährst du ja hoch. Aber Eisbahnen für Schlitten. Aber wenn wir dich hätten verwirren wollen, wäre C. Bratwurst. Hölzerne Eisbahnen für Schlitten in Russland. Es kommt jetzt immer mal so aus dem Nichts. Das heißt, die gehen da oben mit ihrem Schlitten und fahren einfach... Wieso Hölzer? Es geht hoch und runter. Wieso haben die das gemacht? Ja, das ist wahrscheinlich tatsächlich auch, wie das da steht. Eine Eisbahn, das geht zuerst, du gehst mit deinem Schlitten hoch, dann fährst du runter, dann geht es noch mal vielleicht leicht hoch und dann wieder runter. Das kann... Und das ist halt aus... Als Hölzer, genau. Ja, das ist ja der Ursprung der Achterbahn, oder? Nicht. Könnte auch sein. Das kann auch sein. Also Frankreich... Nee, Fluss... Flussfahrten in Frankreich... Würde ich für dich, das würde ich ausschließen. Okay. So, A oder C, Eisbahnen für Schlitten in Russland. Das ist natürlich vielleicht ein geiles Bild. Zahnrad. Aber ich bin trotzdem bei C, obwohl das vielleicht zu naheliegend ist. Tja. So, Entscheidung. Also ich hätte voll Bock auf Finale jetzt. A oder C. A oder C. Muss ja auch noch Geschenke kaufen. Ich würde gerne C. Dann komm, dann nehmen wir die Zahnradbahn. Wie nehm C. C wie Zahnradbahn. Freizeitparks und Jahrmärkte überbieten sich mit immer spektakuläreren und moderneren Achterbahnen. Doch bereits im 16. Jahrhundert entstanden in Russland die ersten Vorgänger heutiger Rollercoaster. Dabei handelte es sich um bis zu 25 Meter hohe Holzgerüste, die mit Wasser übergossen wurden. Auf Schlitten konnte man die umgehend gefrorenen Bahnen dann hinabrutschen. Französische Soldaten brachten die Idee nach Europa. Und so heißen Achterbahnen in Frankreich bis heute Montagne-Russe, russische Berge. Hi, jetzt wird's doch nochmal spannend. Das wurde alles die richtige. So, alle zwölf Fragen sind gestellt und auch entsprechend richtig oder falsch beantwortet wurden. Jetzt haben wir folgenden Zwischenstand vor dem Finale. Bernhard und Jens Weißflug haben 1.500 Euro auf dem Konto. Edmund Dieter Thoma 2000. Und hier ist das Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Literatur. Es geht um die Wurst. Aber jetzt hat es nochmal geändert. Nee, nee, ich hab nur gelöscht und dann selber noch mal. So, beide Teams haben gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. Wer hat nie einen Nobelpreis für Literatur bekommen? A. Mark Twain. B. Ernest Hemingway. Oder C. Günter Grass. Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt! Noch fünf. Bäm! Aus die Maus! So, die Zeit ist um. Schauen wir mal, was ihr gesetzt habt. Bernhard und Jens, 1.500 Euro erspielt und gesetzt. 1.499. Edmund Dieter, 2.000 Euro erspielt und gesetzt. 1.001. Damit dürft ihr gespannt sein, denn gleich gibt's die Entscheidung. Gleich heißt, wenn wir gleich wieder zurück sind. Bleibt dran, bis gleich. Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Die besten deutschen Skispringer aller Zeiten sind heute bei uns zu Gast. Jens Weißflug spielt im Team mit Bernhard Hoerke. 1.500 Euro erspielt, 1.499 gesetzt. Und auf der anderen Seite Dieter Thoma. Medaillen. 2.000 Euro erspielt und 1.001 Euro gesetzt. Und wenn Sie noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk sind, kann ich Ihnen vielleicht unser Wer-weiß-den-so-was-Computerspiel ins Herz legen. Auch für die Spielkonsole Ihrer Wahl im gut sortierten Fachhandel. So, jetzt gucken wir uns mal die Masterfrage an, um die es heute geht. Wer hat nie einen Nobelpreis für Literatur bekommen? A. Mark Twain, B. Ernest Hemingway oder C. Günter Grass. Bin ich gespannt, worauf ihr gesetzt habt. Bernhard und Jens haben gesetzt auf Antwort. A. Elton und Dieter haben gesetzt auf Antwort. Oh. B. Das heißt, wir sind wieder dabei. Wir haben noch nicht gewonnen, aber wir sind wieder dabei. Guck mal so, bei A wählen wir auf jeden Fall raus. Insofern ist es spannend. Ey, das ist nichts von meinem Herzen. Natürlich. Günter Grass, das wissen wir alle. Ja, 1999 hat er den Nobelpreis für Literatur bekommen. Einen Nobelpreis für Literatur hat gewonnen. Was ist das eigentlich? Ach, scheiße. Mark Twain nicht. Es war Ernest Hemingway, 1954. Ich lache mich kaputt. Herzlichen Glückwunsch erst mal. Bernhard. Bernhard, Glückwunsch. Oh. Bernhard, jetzt wo ich sehe, dass du auch Hooligans unter deinen Fels hast, wird es nicht mehr lange dauern, bis hier kalte Pyrotechnik abgebrannt wird. Ja, also 2.999 Euro habt ihr gewonnen und das sind für jeden von euch 44,10 Euro. Wir sehen uns natürlich wieder zur nächsten Ausgabe schon morgen. um 18 Uhr. Also, bis dann. Schönen Abend. Tschüss. 1.999 Euro. Vielen Dank.